so für wirklich mal zeit dass ich den kryptatempel ausbauen vielleicht den da auch mal weil das ist das einzige was ich jetzt gerade machen kann außer zu gucken wo leute aber bis jetzt hab ich ich hätte nichts sagen sollen sovran a building has been upgraded so wir machen ganz die ruine weg als nächstes kreptatempel max spring so jetzt können wir für 2000 helden wieder benehmen die ein hohes level haben denn da zum beispiel nicht dessen level 2 level 2 ist leicht zu ersetzen ich werde aber mal hier die gilde upgraden damit wir mehr geld raus die da zum beispiel jetzt rentiert sich das hat sich wiederum nicht rentiert weil sie zu blöde ist zum wegrennen so noch einfach so wer ist tot level 4 das ist nicht schön kann mir jemand sagen warum jetzt meine leute weg sterben alle also aber so Und schon wieder ist jemand weggestorben. Ich kann die nicht mal schnell genug heilen, weil sie so schnell wegsterben. Ich wäre wirklich mal dankbar, wenn irgendwoher ein Arbeiter kommen würde und das Ding reibt. Ah, Dankeschön. Ich meine, ich habe sechs Arbeiter. Keiner kann sich dazu bequemen. Da hinten ist noch ein Quormata und da ist einer. Na komm, gib mir einen einzigen Discord-Warrior. Ich habe sechs Arbeiter. Ich bin jetzt noch ein Wunderschön. Ich bin jetzt noch ein Wunderschön. Ein Wunderschöne. Ein Wunderschöne. Ich bin mal gewillt, zu versuchen, einen Quamp-Tempel einzureißen. Warum schießt ihr auf die Wölfe, die eh zu euch gehören? Aber vorher ein Safe. Okay, die lasse ich definitiv nicht auf mir sitzen. Okay. This will be a quick bit of gold. My prowess is unmatched. The name of the Wiend. So, das wird jetzt ekelhaft. Die ersetze ich. Okay, er zieht sie, er macht zweimal diesen Scheiß und dann zieht er sich zurück. Das war mein Lunat-Tempel. Und scheinbar scheint er noch seine Special-Fähigkeit nachzulassen und die Wuchs werden normal. Oh, ich habe all meine Kultisten verloren. Hm, ich rüste mal auf Helia um. Okay, dich belebe ich einmal wieder. Das ist wichtig, dich nicht bereuen. Okay, den ersten Quorm-Tempel haben wir recht gut überlebt. Und mit jedem Tempel wird Quorm auch schwächer. Also, wie ich das verstehe, werden dann auch die Gegner schwächer mit dem Tempel, den ich zerstöre. Das ist wichtig, Quorm-Tempel. Another day, Quorm-Tempel. So, jetzt habe ich gerade wieder Geldmangel. Das war ein Kultist da unten. Ah, die darf ich nicht so leicht sterben lassen. Danke, scheiß Bär. Du kack Bär, bleibst von der weg und stirbst. Okay, jetzt brauche ich eine neue. Hm. Ich hole mir mal wieder Geld, um das ein bisschen zu beschleunigen. Ach, ne. Gut, dass du wegläufst, sonst hätte ich noch eine Krise gekriegt, wenn mir schon wieder eine gestorben wäre. Das ist gut, wenn du hier trainierst. Das ist gut, ich versuche du jetzt die Krise. Das ist gut, ich will jetzt einfach nur noch überhören. Hier haben wir das abgelenkt. Ich versuche von der Glocke, wenn ich die Krise versuche. Ich versuche sie ja. Das ist gut, was ich zu sagen. Ja, ich sehe das abgelenkt. Ich versuche sie. Das ist gut, was ich sache. Da sind schon wieder Hölnbären. Ich finde es lustig, dass vor Gegnern, die eigentlich zu stark für sie sind, sie nicht davonlaufen. Aber vor Gegnern, die zu schwach für sie sind, die eigentlich schwach sind, vor denen laufen sie weg. A Threat? One step closer to oblivion.